Stromunfälle sorgen immer wieder für spektakuläre reißerische Schlagzeilen. Ob in Beruf, Alltag oder Freizeit, Elektrizität ist allgegenwärtig. Ihre Nutzung schon längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Dabei wird jedoch oft vergessen, dass von ihr bei unsachgemäßer Handhabung eine tödliche Gefahr ausgehen kann. Das Unterschätzen oder Ignorieren dieser Gefahr kann fatale Folgen haben. Dabei haben Stromunfälle meist nicht nur eine Ursache, sondern treten oft als Folge einer Kombination aus mehreren ungünstigen Umständen und gravierenden Verhaltensfehlern auf. Dazu gehören Unachtsamkeit in der Nähe von Freileitungen, mangelnde Instandhaltung und Wartung von elektrischen Anlagen und Geräten, fehlende Kenntnis über Systeme und Betriebsmittel, halbherzige Verwendung einer Schutzausrüstung und geeigneter Werkzeuge, sowie die Missachtung definierter Anwendungsbereiche und Prüfzeichen. Die Beachtung der Sicherheitsregeln und die regelmäßige Überprüfung des Zustands von Schutzeinrichtungen sind unbedingt notwendig. Zwar leisten bestehende hohe Standards einen wesentlichen Beitrag für die sichere Anwendung von Strom auch bei modernsten Entwicklungen, Doch wie sicher sind wir wirklich? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017